Ich habe jetzt hier das Hip-Hop-Set, fettes Jugendfeuerwerksortiment mit Meteoriten und Blitzknatterbällen. Über 40 Einzelteile, fünffach sortiert mit tollen Pyro-Highlights von der Firma Veko Feuerwerk. Da drin sind Koboldfontänen, Meteorite, Flitze Feuerstein, dicke Brummer und Blitzknatterbälle. Und das Ganze einmal von der Rückseite. Hier fangen wir an mit neun Stück Blitzknatterbällen. So sehen die aus. 20 Stück Meteorite. Das sind die hier. Das sind die hier. Das sind die hier. Vier Stück dicker Brummer. Das sind die. Vier Stück Flitze Feuerstein. Das sind die hier. Das sind die hier. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Und vier Stück Koboldfontänen. Die sehen so aus. Die sehen so aus. Das war das Hip-Hop-Set von WECO.